Ja, heute haben wir den 31. März 2021. Ich bin im Gießener Wald und mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe mich hier auf den Jägerstuhl gesetzt und man sieht ja, meine 120 Kilo hat er nicht abgekonnt, ist zusammengefallen, ist zur Seite weggefallen. Ich habe mich Gott sei Dank nicht verletzt. Man sieht hier den Jägerstuhl. So ist das, wenn man halt zu viel Kuchen und Kekse gegessen hat und hat so ein Gewicht, dann sind die Jägerstühle schon mal nicht mehr stabil genug. Jawohl.